Hallo Leute und ein herzliches Willkommen zurück zu einer neuen Folge von Let's Play Mass Effect Andromeda. Ja, seit der vergangenen Folge sind wir ja wieder hier auf EOS unterwegs und jetzt wollen wir hier mal kleine Missionen machen, um dem Planeten etwas zu helfen. Aber erstmal müssen wir unseren dicken Nomad hier irgendwie hochkriegen, was aber ehrlich gesagt ein bisschen nervt, wenn man hier immer wieder leicht nach hinten rollt. Aber es klappt, es klappt. Aber es wundert mich eben bloß so ein großer Koloss, dass der irgendwo drunter rutscht. Wisst du, ich meine die großen Räder und alles, und der rutscht drunter. Und was haben wir denn da? Eine Ruine. Okay, dann wollen wir mal aussteigen. Abzacke! So, jetzt probiere ich mal eine neue Fähigkeit von mir. Oh ja, okay, die ist geil. So. Kann man hier noch was scannen? Oh ja, ich sehe gerade die Punkte, ich fühle sie schon an meinem kleinen C. So, das mal mit. Und das war ja dann hier auch alles jetzt zu mitnehmen. Wir fahren jetzt weiter. Mal sehen, was uns dann hier noch so erwartet auf dem Planeten. Weil letztendlich müssen wir Ihnen sagen, es sind vielleicht nur alles nur kleine Nebenmissionen. Aber mir hat auch jemand in die Kommentare geschrieben, es soll ja irgendwie ganz große Bosse geben auf jedem Planeten. Ich frage mich, was alle diese Teile der Reliktec früher waren. Vielleicht hatte das Gewölbe deshalb Probleme, eine Verbindung herzustellen. Ja, nette Gegend hier. Oh, was haben wir denn hier? Okay. Hier liegt echt viel Kraum rum. Wir schauen uns mal hier ein bisschen um. Und dort ist auf jeden Fall was gelandet. So, weg mit dir. Let's go, let's go, let's go. Ich habe schon was vor. Attacke. Boom. Ja, damit haben wir uns das sehr schnell ausgeschaltet. Dorthin haben wir noch ein bisschen Loot. Hey, ist das ein Neujahrstein? Nein, das ist Platin. So, haben wir mitgenommen. Ich glaube, das war's. Mal sehen, falls. Findet man ja hier noch was Schönes? Wollen wir hier was dran machen? Nein. Okay, ich würde sagen, wir gehen gleich wieder zum Fahrzeug. Ich will jetzt nicht so weit hier in die Wüste laufen. Okay, da schwebt was. Die machen so da anscheinend irgendwas. Wie so ein Bohrer ist das. Wir töten die mal. Vielleicht ist das ja auch wie ein Eingang da noch dort. So, Bohrerlein. Kannst du das machen an dir? Ah, hier sind noch welche irgendwo. Nee, hier sind nirgendswo. Wo denn? Nein. Boah. So, jetzt noch mal ganz kurz hier den Bohrer anschauen. Hier kann man doch bestimmt irgendwas machen. Ich glaube, jetzt nicht, dass man hier nichts machen kann. Boah, kann ich irgendwas mit dir machen? Ich meine, mein Scanner hat ja auch gesagt, dass wir was finden sollen. Aber irgendwie gibt es hier nichts. Okay, dann rennen wir mal ganz schnell hinter zurück. Und formen wir dann noch ein kleines Bild hier durch die Wüste. Weil ich habe hier mir so ein kleines Ziel hier markiert. Und zwar hier oben. Und zwar ist hier so eine Abwerfzone. Und dann gibt es ja hier hinten noch Zeug. Ein bleibender Eindruck. Das ist jetzt mit einem Hammerplatz hier. Und das will ich auch machen. Auf jeden Fall jetzt hier noch in der Folge. So, aber das mit der Wüste hier schon ziemlich groß hier. Und wenn man hier zu Fuß durchläuft. Ja, also wer das macht, ja, dann wünsche ich viel Glück. Hier mal sein Fahrzeug wiederzufinden. So, Nomad. Ja, hier hinten war er ja. Ich wollte gerade schon sagen, wo ist er denn hin? Oh, was haben wir denn da für kleinen Mann noch? Aber da hoch könnte man eigentlich auch nochmal fahren, vielleicht. Aber das interessiert uns jetzt einfach mal nicht. Wir machen jetzt einfach mal unser eigentliches Ziel weiter. Oder wir zeigen hier oben was an mit so einem Außenposten. Vielleicht kann man dort oben noch eine errichten. Wir fahren mal hoch. Ihr wisst, Leute, ich bin neugierig. Ihr auch. Also, wir müssen hoch. Aktiviere automatische Errichtung von Aufklärungsposten. Okay, jetzt haben wir hier einen Aufklärungsposten. Oh, Bergbau kann man hier machen. Das ist gut. In der Region sind Abortzonen verfügbar, Pathfinder. Ich habe Sie Ihrem NAV-System hinzugefügt. Kampfbereit! Pathfinder. In diesem Gebiet können Ressourcen abgebaut werden. Sie können mit Ihrem Abbauinterface Mineralien extrahieren. Okay, sehr schön. Das heißt, wir können jetzt hier überall Materialien sammeln. Das freut mich noch hier zu hören. Alter, wie viele Drohnen kann man denn jetzt hier raushauen? Hm. So, nochmal ganz kurz. Karte. So, das hat man ja jetzt hier oben. Hier ein bleibender Eindruck. So, den sesmischen Hammer platzieren. Ich hoffe, wir müssen dafür nicht hier hoch. Ansonsten sind wir jetzt hier etwas angehorscht. Nee, ich denke mal, das klappt auch hier so. Ja, hier kommt man schon nochmal hoch. Und wenn nicht, müssen wir eben zu Fuß. Hört, hier geh nochmal ganz kurz raus. Vielleicht gibt es hier ja einen Behälter. Und wer einen brauche ich denn natürlich. Der alien tech kommt in allen Formen und Größen. Aber wozu ist sie da? Dieses Relikt wurde korrumpiert. So, komm, weg mit dir. Dankeschön. So. Jetzt mal ganz kurz. Moment, wenn es gerne hier mit Lundsen gibt es auch nichts. Also, ich glaube, an diesen Orten hier langsam finden wir gar nichts mehr. Weil wir schon so viele von diesen Artefaktorten und so gescannt haben. Aber ich meine, man kann ja trotzdem immer noch nachgucken. Weil es gibt ja Behälter. Und da, wie wir alle wissen, könnte es nützliche Sachen geben. Und ich muss nochmal hier auf die Karte. Gibt es hier keinen richtigen Weg? Nee, wir müssen schon nochmal hier nach hinten. Wir müssen nochmal nach hinten und dann fahren wir nach oben, denke ich mal. So sieht es hier öhre aus, was jetzt den Weg so betrifft. So, wir fahren jetzt hier rechts lang. Oder muss es irgendwo hinten nach oben gehen? Wir sollten dieses Kettlager ausheben. So. Dort hinten haben wir irgendwie so einen großen Turm. Ich weiß nicht, was das ist. Halten Sie die Augen offen. Ähm, ja, dort ist Kett-Tag. Wir haben es ja jetzt schon gehört. Okay, die Station dorthin will ich mir auf jeden Fall noch anschauen. So wichtig ist das. Weil erstmal machen wir das, was man hier machen kann. Ich weiß doch nicht, was das ist mit dem Sesmischen Hammer. Aber wir werden es ja jetzt erfahren. So, let's go. Den zweiten Sesmischen. So. Ziemlich großes Beben für ein paar Relikte. Platzieren wir den nächsten Hammer. Ich hab gar nicht gewusst, dass noch einen zweiten... Wo ist der zweite jetzt? Hier hinten oder was? Ja. Wir dürfen nochmal nach hinten fahren. Aber müssen wir machen. Wir wollen ja schließlich die Mission hier machen. Ich mein, man könnte auch erstmal zum Außen posten, aber... Lieber mal... Ich dachte jetzt eigentlich, wir gehen vielleicht dort runter, aber... Ne, wie es aussieht doch nicht. Auch falsch gehen wir ja später noch dort runter. Aber man hätte da auch eigentlich als Ziel geben können, zuerst das dorthin, wo wir gerade herkommen. Wäre einfach näher dran gewesen, direkt am Anfang. Okay, wir müssten jetzt auch eigentlich direkt gleich da sein. Hast du Glück, das könnt ihr hier hin, das sogar sind. Oder? Hm. Ich weiß nicht. Könnte es das hier sind? Pathfinder, in diesem Gebiet können Ressourcen abgebaut werden. Wer sind die? Laut Kolonialverwaltung ist hier draußen niemand. Okay, dann gehen wir mal hier her. Oh, hallo. Wo bist du? Achso, das ist mein Kollege. Oder? Ne, das ist hier mit anders. Naja, da sind andere. Okay, wir quatschen mal mit denen. Da muss ich ja nicht fragen, ob Freunde oder Feind. Ich wusste nicht, dass jemand von der Nexus hier draußen ist. Sind wir auch nicht. Wir kommen von der souveränen Nation Advent ein paar hundert Wicks in dieser Richtung. Unsere Nation. Ohne Einmischung der Nexus. Wir sind nicht nach Andromeda gekommen, um Direktor Tans Regime zu unterstützen. Wir in Advent sind freie Bürger. Ich habe kein Problem mit Ihnen oder Advent. Ich erfülle hier eine Mission. Ich habe kein Problem mit Pathfindern. Wir haben sehr ähnliche Aufgaben. Unser Wasserspiegel ist kürzlich gesunken, als würden die unterirdischen Flüsse austrocknen. Wir sind dem Problem bis hierher nachgegangen. Es gab seismische Aktivitäten. Wir nutzen sie und einen Überwachungshammer, um die Flüsse anzuzapfen. Oh Scheiße. Advent braucht diesen Wasservorrat, um unabhängig zu bleiben. Wie wäre es mit einem Deal? Unsere Suche hat ein Erdgasdepot in der Nähe entdeckt. Zapfen Sie es an, bauen wir das Gas ab und handeln mit Ihrem Außenposten. So profitieren alle. Begegnung mit Relikten, Nexus. Auf Wiedersehen. Viel Glück da draußen. Den zweiten nochmal platzieren. So. Wo soll das jetzt in? In den zweiten Hammer. Ich denke mal hier hinten, bei der Ruine. Passfinder, in diesem Gebiet können Ressourcen abgebaut werden. Sie können mit Ihrem Abbauinterface Mineralien extragieren. Okay, gehen wir mal hier noch. So. Jetzt kann der Kollege hopp. Die Fließbewegung hat sich verschoben. Aber wir können die unterirdischen Flüsse von hier aus anzapfen. Wenn Sie glauben, dass Advent damit einverstanden ist, nur zu. Das Erdgasdepot ist bei der anderen Position. Das wäre eine Hilfe für Advent. Aber wir können nicht beizwachen. Das Erdgasdepot kommt weder von den Hämmern, noch von den Relikten. Was ist das? Pathfinder. Der unterirdische Wasserstrom wurde verschoben. Allerdings nicht ausreichend. Finde eine neue Hammerposition, Sam. Danach dürfte es erledigt sein. Okay, noch mal eine Position. Kurz Karte lunsen. Hier oben, oder? Ja, den dritten Hammer. Okay, denn danach soll es erledigt sein. So, noch mal eine Drohne raushauen. Na. Ne, wir steigen jetzt einfach hier aus. Ich will jetzt nicht hier noch eine Ewigkeit wieder hochfahren. Da können wir uns hochboosten hier. Und boosten uns da ein bisschen angenehmer. Weniger stressvoll. So. Letzter Hammer. Damit müsste der Job getan sein. Alle bereit? Was den Relikt Architekt besiegen. Scheiße, was passiert hier? Leute. Hilfe. Hilfe. Was zur Hölle. Was zur Hölle. Was zur Hölle. Was zur Hölle. Was habe ich getan? Was habe ich getan? Scheiße. Oh mein Gott. Was geht hier ab? Ich habe ja nicht mal gute Waffen dafür. Die Relikte besiegen. Geil. Wie soll ich das machen? Hat Verstärkung hergestellt. Leute, ich habe erst gesagt keinen Plan, wie ich das schaffen soll. Vergessen Sie die Panzerung. Ziehen Sie auf die Beine. Okay. Au. Na, aber damit hätten wir unseren Freund jetzt sicher gefunden. Na toll, wie soll ich den besiegen? Das wissen Sie auch noch nicht. Komm. Nein. Na toll. Das ist unsere Chance. Komm. Alter. Das hat kaum Schaden, Leute. Ich soll ich den platt machen. Sieh das. Echt doch rein. Es ist saugroß, das Teil hier. Sturmgewehr. So. Wo sind neue Relikte? Komm. Ob du scheißt Hilger? So. Let's go. Jawohl. Das hat gesessen. Geht er hin? Flieg nicht weg. Ich will dich töten. Falls ich es natürlich schaffe. Was? Schnell bevor er weg ist. Soll ich mir den hier nachher fahren oder was? Hallo. Spiel. Ich habe mein Fahrzeug dort unten stehen gelassen. Ich komme nicht so schnell wie dran. Was ist das schade? Ich bin ein Nomad. Komm. Let's go. Let's go. Let's go. Kollege, lande wieder. Wir sind genau. Wo? Was passiert hier? Ich will hier raus. Wo? Komm schon. Let's go. Let's go. Let's go. Da hält so viel aus. Meine Munition ist ja fast leer. Sei ich gerade. Mist. Gibt hier Munition? Hallo? Hier Munition? Nein. Geil. Wenn ein Sturmgewehr hat das am besten, meiner Meinung nach, geklappt. Hallo? Hätte hier jemand Munition für mich? Dorthin könnte es was geben bei der Ruine, aber ich weiß nicht so genau, ob es sowas gibt. So kommt schon, wir müssen den Großen jetzt hier fertig machen. Na los. Was machst du? Hallo? Haben Sie Schmerzen? Haut doch mal ab, ihr kleines Thron. Meine Muni ist gleich leer. Na toll. Jetzt ist es wirklich gleich leer. Gibt's hier nicht irgendwo Munition? Na, so steht zumindest nichts. Komm schon. Oh nein. Holy shit, bin ich krank. Ich habe mich verdrückt. Ich wollte nicht die Fähigkeit nutzen. Oh shit, weg. Wartet mal. Charter Pistole. So. Komm schon. Wow. Okay. Die Munition von der Charter Pistole muss ein bisschen ausraten. Ansonsten war es also, wenn die Muni da ist. Dann haben wir ja nur noch die Sniper und mit der schaffe ich das bestimmt nicht. Boah. Wir müssten irgendwie an Munition kommen, aber die ist ja dort hinten. Aber die Beine. Das hat der Biffin. Fliege nicht wieder weg, okay? Weil wir haben sagt mir, wo Munition ist. Doch er fliegt wieder weg. Oh man. Gibt's hier Munition vielleicht? Schnell bevor er weg ist. Ja, ich brauche ich Munition. Was? Da gibt's keine Munition. Leck mich aber auf. Spiel. Hallo. Ich steig wieder ein. Okay, wir fahren mal eben hier hoch. Aber ich will hier oben Munition sehen. Oh, die Schäte. Ich muss erstmal ganz kurz hier hoch ran. Kollege, ich glaube nämlich hier oben ist Munition noch irgendwo. Komm schon. Spiel enttäuscht mich nicht. Jawohl. Sehr schön. Und dann mal wieder runter zu ihm. So. Sturmgewehr. Let's go. Dann kümmern wir uns jetzt um ihn. Komm schon. Wir schalten den jetzt aus. Gemeinsam, Leute. Let's go, let's go, let's go. Oh. Hey, hau ab mit dem kleinen Geschütz hier unten. Jawohl. Fliegt er wieder weg. Komm schon, wir haben ihn gleich. Scheiße. Oh mein Gott. Habt ihr das gesehen? Oh mein Gott. Leco Mio. Ich hab ihn. Leco Mio. Was mit dem Architekten interagieren? Warte mal. Kann man denn scannen? Nein, kann man nicht. Der Kopf ist ungeschützt. Das ist unsere Chance. Okay, schnell. Okay, gut. Nicht das, was ich erwartet hatte, aber... Und Behälter hat er fallen gelassen. Oh man, das war ein heftiger Fight jetzt hier. Okay, dann kann man ja jetzt hier hin, nur zu der Basis. Alter, wie groß das Fieber. Das war ja so ein richtiger Boss-Fight hier. Pathfinder. In diesem Gebiet können Ressourcen abgebaut werden. War schon irgendwie heftig. Also gegen so einen will ich nicht noch mal kämpfen. Aber, man hat's gesehen. Es gab guten Loot und Level Up. Also wenn's vielleicht noch mal so ein gewünscht, würde ich schon eigentlich wieder bekämpfen wollen. Wir haben uns ja eigentlich gut geschlagen. Warte! Komm schon, weg mit euch hier, Kollegen. Ey, zeig dir doch mal. Jeden war noch irgendwer noch. So. Alle erwischt. Mann, auf zum Nomad. Ich weiß halt jetzt bloß nicht, ob wir das jetzt noch schaffen. In der Folge hier dort hinten noch den Außenposten. Aber wir werden uns den mal noch dort hinten anschauen, auf jeden Fall. Wenn man natürlich noch ankommen. Das sieht nach KenTech aus. So, let's go. Dort hinter würde ich so auch noch mal fahren, aber machen wir jetzt mal nicht. Ich weiß halt nicht, muss man halt hinten lang fahren, oder hier. Ich denke mal hier, oder? Ich sah hier so aus von dem Hügel, Herr, dort. So, wir fahren jetzt einfach mal hier direkt vorbei. Och nein, wie so ein hässlicher Berg. Okay, das heißt mit Schnecken-Termot nach oben. Lalalala, ich genieße die Fahrt. Jetzt müsste hier nur noch so eine Fahrstuhlmusik kommen. Dann würde mich das absolut nerven, hier hochzufahren. Okay, da haben wir die Base. So, nochmal einen Schub hier geben, so. Und wir sind so gut wie da. Einen Weg in das Cat-Kraftwerk finden. Aktiviere automatische Errichtung von Aufklärungsposten. Okay, warum ist dort weiter hinten ne Fragezeichen? Würde mich gerade interessieren. In der Region sind Abholzonen verfügbar, Pathfinder. Ich habe sie ihrem NAV-System hinzugefügt. Okay, wir gehen direkt vorne rein. Let's go. Attacker. Na? Boah, das ist schon alles, was ihr hier alle drauf habt. Hey, hallo, ich gehe hier hoch. So, einfach mal hier alles mitnehmen. Let's go. Ey. So, kleine Schlawiner. Der hat sich noch dahinter versteckt, ja. Was, okay. Wir sollen doch jetzt hier so lange uns verteidigen. Okay, machen wir mal. Wir werden sowieso hinkriegen bei diesen Schwächlingen hier. Wenn vielleicht mal eine neue Gegnerart käme, dann würde die vielleicht sowieso sorgen, dass sie hier so ist. Kommt aber so nicht. Die normalen hier, die kriegt man schon weg. So. Na los, nächsten bitte. Ich bin noch bereit. Oder waren das schon alle? Joa. Kommt irgendwie nichts mehr. War echt luschig von euch. Joa. Nett. Dann genießen wir mal hier noch ein bisschen die Landschaft. So. Gibt's hier hinten vielleicht noch was? Nein. Okay, das ist ein bisschen blöd. Die hätten das eigentlich auch so machen können, dass du einfach dort... Okay, gut. So. Okay, nette... Base hier von denen. So. Ey. Aua. Boah, der hier oben ist weg. Den werde ich mit gleich holen. Okay, wo leben denn hier noch ein paar? Und was machen wir denn hier? Deaktivieren. Machen wir einmal... Mal. Ich weiß noch nicht, was das ist. Na also. Hoffen wir, dass sie das aufhält. Und dann machen wir noch das hier unten. So. Okay, jetzt müssen wir an beide Seiten heran. Ach, wir sollen die Schildgeneratoren überlasten. Verschlappung. Überwältig diese Tiere. Wie viele von denen gibt es... Ja, eigentlich. Komm, kann schnell. Wir machen das ganz schnell hier. Sabotieren. Let's go, let's go, let's go. Komm, siehst du. Jawohl. Und jetzt rüber auf die andere Seite. Ganz fix. So. Schau, die kümmern sich jetzt mal noch um den letzten, der dort oben ist. Und ich gehe doch hinter. Ich sehe es schon. Komm, ich werde gleich beschossen, wenn ich das hier mache. Ja, das könnte, glaube ich, gut möglich sein. Hä? So, Attacke. Wo? Hau ab, Kollege hier. So. Sabotieren. Jawohl. Schildsystem der Cat überlasten. Okay. Machen wir jetzt. Und danach ist man bestimmt noch gegen den Bosskämpf der jährigen Zeit redet manchmal. Ups. Ich wollte jetzt eigentlich nicht runterfliegen, aber... Ja. Mein Chatpack muss ich wohl noch ein Glänzmittel üben. So. Das ist beleidigend. Unsere Perfektion kennt keine Niederlage. Doch. Werdet ja. Ihr werdet eine Niederlage haben. Dank mir. Bedankt euch schon mal bei mir. Meine guten kleinen Freunde hier. In dieser Planung gehört den Menschen. No, gut. Den Menschen nicht direkt gesagt. Wir haben ja noch PB und die ganzen anderen Aliens. Also, da habe ich so ein Glänzmittel damit gelogen. Aber so wird erachtet. Aber... Für den Nexus. Sommersault. Ja, hau ab, Kollege. Die dort oben nerven, wenn ich nämlich irgendwie gerade... Achtung, Granate! Jetzt komm her, Kollege. So. Und naja, was zeigt mir mein Scanner denn hier an? Hier soll irgendwas Sinn. Deaktivieren Sie den Alarm bevorverstärken. Was den Alarm deaktivieren. Der Alarm ist auch bestimmt hier drinne, oder? Ich weiß es nicht, wo der ist. Was ist das dort hinten? Ist das der Alarm? Ich weiß es erst gesagt nicht. Hier, hau ab. Hilfe. Hilfe. Boah. Ich weiß nicht, wo ich hin soll. Hilfe. Ich kapiere hier gerade gar nichts mehr. Wo ich hin soll. Eine Markierung zeigt mir dort hinter und die andere in die andere Richtung. Wir nehmen aber erstmal die, die vor mir ist. Komm. Hilfe. Hilfe. Oh shit. Was passiert hier? Hier vorne soll irgendwas sein. Bestimmt über mir, oder? So, komm Attacke jetzt hier. Ich schalte dich jetzt aus mit dir hier oben aus. Also der Alarm geht dann hier auf die Nerven mit diesem komischen Geräusch. Hier, haut ab, alter. Boah. Diese Teile nerven gerade so sehr. Komm, schnell. Erstes haben wir deaktiviert. Was zeigst du denn immer noch hier an? Verstärkung wird den Kürzer eintreffen. Was ist Verstärkung? Nein. Ich wollte eigentlich, dass keine Verstärkung nochmal kommt für die. Na toll. Ich freu mich schon auf den ihrer Verstärkung. Muss ich echt sagen. Also, ich bin drüber glücklich, aber ich habe gesagt, Zucker. Oh. Und ich weiß nicht mehr, wie ich hoch. Okay, doch. Ich habe gerade gesagt, ich weiß nicht, wie man noch hochkommt, aber... Ne, wir kommen doch doch hoch. Boah. Boah. Hau ab. Hier war doch gerade oder was? Kollege. Bam. Einfach hier an die scheiß Steuerkonsole. So, let's go. So. Die haben wir... Warte mal, wo müssen wir denn noch... Dorthin, so müssen wir, glaube ich. Ja, doch. So, let's go. Na, das beschießt mich doch einfach. Ich mache das jetzt hier trotzdem, so. Ich höre doch immer noch Alarm oder was es ist. Wir gehen jetzt einfach hier rein. Hallo, ist hier jemand? sagt noch was mein team hier sind oder warum geht das nicht oder weil der alarm noch anders hier so hat er immer anzeige haut ab kollege zeigt noch mal ein gesicht bitte hallo gesicht ich habe auch mal jemand das der gesicht zeigen will so kommen woher kommen aber auch immer noch mehr wo kann ich das mit diesem blöden alarm her wir haben doch jetzt eigentlich alles hier gemacht was es hier gibt ich verstehe das gerade nicht den alarm über die sicherheitskonsole ausschalten wo ist die blöde sicherheitskonsole na also hoffen wir dass sie das aufhält ja ok wäre aus boah ist das jetzt hier schon in dem post oder was war das jetzt karte du bist schlau was haben wir denn hier ja da sagt es mir nichts was das ist ok gehen jetzt einfach mal zu so einer markierung oh ja ich glaube hier lang hey hey sie sollen öffne dich wer schwebt denn da oben der kleine markier hau ab kommt schon den holen mal ich bin hier hoch zu dem damit ich ihn seinem kleinen po versohlen kann komm schon ich will doch wieder hoch und die anderen noch zu töten hallo ich will hier hoch oder kommt die extra für mich runter ich glaube manche sind gerade runtergekommen aber wir gehen trotzdem hoch Kollege zeig dich ok dann komme ich jetzt geht er runter also die wissen auch nicht was sie wollen so den zenith beobachtungsraum betreten ok wie groß ist denn diese anlage hier zur aufzugssteuerung das cat kraftwerk ausschalten ok das ist nochmal eine etage oder was ja aber ohne gegner ok naja was zum scannen ok gut dann aktivieren wir die konsole das ist nochmal ein stufenaufstieg wie viel stufenaufstieg haben wir dann heute und nein wir können es mal mitnehmen ok wir zerlegen das und nimmst somit so ok ich habe nochmal ein behälter so ja dann haben wir den außenposten jetzt hier erobert leute war ein schöner kampf muss man sagen aber vor allem was ich geil fand heute in der folge jetzt und ja damit würde ich sagen war es das jetzt auch schon wieder mit der folge lasst jetzt wie immer eine bewertung da schreibt mir gerne einen kommentar teil doch sehr gerne das video würde mich wirklich sehr freuen und ja leute haut rein und tschau tschau